Interview und Analyse zum dritten Rennen. Dritte Tagesprüfung, Amateurfahren und für einen, der nicht gern bei anderen zuschaut, sicherlich noch ein Grund mehr heute, jetzt nicht gern zuzuschauen, deine Enkelin oder genau andersherum, umso mehr schaust du dann gern zu? Ich schaue schon gern zu. Speziell, ja, die Steffi ist sehr motiviert und geht das mit großer Freude an. Ich hoffe, dass sie auch entsprechend in diesen Feldern akzeptiert wird von den Mitbewerbern. Das ist ja oft bei Mädchen ein großes Problem. Wir haben ja das schon einmal mitgemacht und ein paar Mal gesehen. Das ist ja nicht immer ganz leicht. Aber trotzdem ist sie so programmiert, würde ich jetzt einmal sagen, dass sie dieses Rennen einfach mitfährt und einfach schaut, wie es da geht in diesem neuen Betätigungsfeld. Und wir hoffen, dass alles gut geht. Und ich schaue mit Freude zu. Sie fährt mit Freude. Und es gibt auch noch einige andere, die sich sehr freuen über dieses Ereignis, das ja durchaus im Sport wichtig ist, weil wir brauchen junge Leute. Stadt Nummer 9, innere Nummer quasi mittendrin statt nur dabei. Wie würde es dann heißen? Die P.E. P.E. kann ja nicht so schlecht anfangen. Ein unkompliziertes Pferd, nehme ich ein Ja, weil Sicherheit, glaube ich, wird einmal primär den Vorrang haben. Ja, aber sie wird losfahren. Warum nicht? Sie hat das Trenniert, sie kann das. Das ist nicht das Problem. B.E. bin auch nicht allzu kompliziert. Nicht ganz einfach, aber das ist ideal zum Anfangen. Chancen sind sehr gering, dass es einen prominenten Abschluss gibt. Aber trotzdem, wie gesagt, Step by Step und das Ganze ruhig angehen und anständige Rennen fahren, dann geht das, denke ich, schon in eine anständige Richtung. Dritte Rennen mit Viererwerte-Checkpots. In die Viererwerte einbauen sollte man die Fanny Ros Venus, denke ich, auf jeden Fall. Zum Gewinnen mit der Ausgangslage wird es aber schwerer als zuletzt, oder? Von der Gegenschaft her würde ich sagen, ist machbar. Aber natürlich mit Nummer 7 muss man Lage finden. Und wenn man keine gute Lage hat zum Start, dann ist man eher 2-3 als 1. Mit der 8, 3 My Best Winners mit Dominik Zeininger. Schlechte Nummer, aber hat die euch zuletzt auch ein wenig überrascht mit der ganz so starken Leistung, dass sie dabei sein kann, ja. Aber hat eigentlich sogar um den Sieg lang mitgekämpft. Ja, wir haben ein bisschen was umgeändert bei ihr und haben gehofft, dass es wirkt. Hat Wirkung gezeigt und wenn Leistung bestätigt, dann müsste sie auch dabei sein. Das heißt, für die Super 76 Wette beide, wo man sagt, die müssen wir mitnehmen am Schein? Ich würde so mitnehmen, ja.